Marichyasana ist eine andere Bezeichnung für Marichyasana. Zum Marichyasana gibt es einige Videos auf unserer Seite, deshalb sei es nur kurz jetzt erwähnt. Grundstellung von Marichyasana ist, strecke erst beide Beine nach vorne aus zum Langsitz. Dann beuge ein Knie, zum Beispiel das linke Knie. Halte die Fußsohle auf dem Boden und den Oberschenkel am Brustkorb. Dann winde den linken Arm um das Bein herum und verhake deine Finger hinter dem Rücken und beuge dich nach vorne. Gib dabei den Kopf zum Knie oder zum Schienbein und lass den vorderen Fuß zu dir hin zeigen. Atme tief ein und aus. Dieses Marichyasana wird in einem klassischen Hatha-Yoga-Text erwähnt, dort nicht beschrieben. Heutzutage gehört aber Marichyasana zu den beliebteren Stellungen in bestimmten Yoga-Traditionen, wenn es auch bei Yoga-Vidya nicht so weit verbreitet ist. Marichyasana entwickelt die vorwärtsbeugende Flexibilität, die Hüftflexibilität, wie auch eine gute Massage der Bauchorgane. Hüftflexibilität wird in Europa im Chaos-Traditionen der Ausschieves. By Lichtern will frei, wenn es auch bei mir sogenannt... älschen, in euch wieder in Kai besagt... aus der construen怎麼樣.